Warum möchte ich ein Kind? Möchte ich ein Kind, damit es später die besten Noten hat, Leistung erbringt? Oder möchte ich ein Kind, weil ich ganz viel Liebe zu geben habe, weil ich die Liebe an ein Kind weitergeben möchte, möchte ich ein Kind, das glücklich ist? Weil das sind die Kinder mit Trisomie 21. 20.